So, und damit ein Heyho und herzlich Willkommen hier zurück zum Final Kampf gegen Weckne Gun, würde ich sagen, ne? Und wir werden uns jetzt schön um, als erstes um den Schwanz kümmern, äh, er hat Schwanz gesagt, ja. Oder Schweif, sagen wir es mal so. Zumindest um das lange Ding da hinten. Zack, zack, zack. Let's go. Ready? Let's kick some tail! You're on! Don't be afraid, Yuna. Deine Freunde are your strength. Genau. Keine Angst, deine Freunde geben dir Macht. Autsch. 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 I can't even stop the tail, forget about the rest. Autsch. 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 Die Beinchen. Boss, let's get the heck out of here. gerne aber erst wenn wir zu hause sind schnell damit wir schön gehielt da in den kampf gehen okay da müssen wir aber glaube ich hier runter und weiter gehen hier um weiter so ich glaube war das hier hier hoch ich bin mir nicht mehr ganz sicher wenn man glaube ich merkt aber es scheint richtig zu sein was are you doing here i'll let you have this one i'm going to go cheer you see on let's love love lockman have stood a chance against this thing well we've got a lag up on her save the jokes for later you can't reach those nodes with a sword und ouch 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 so haben wir es geschafft cool das mega damit haben wir die beine auch so schnell hoch heilen wieder gut so was habe ich da eigentlich ein accessoire bekommt 60 und was hat juna gerade so 100 prozent denkst du bist okay alles klar ja komm hier wird das mobil wohl halt so da kommen wir nämlich weiter hoch weiter auch weiter auch bei der wo ist leblanc belast das dem möwenpack hätten sie mal auf uns gehört von anfang an und gemerkt dass wir die besseren sind so auch Oh nein! This thing just keeps on taking. We'll finish it. Do it. It's so big! Woohoo! No more climbing! Could you please focus? This time the legs are just a distraction. You know where to strike. Forget the skull fronts. Go for the core. The core is your target. Ja, it's clear that I should aim for the core. But anyway, I'll just do it. I'll just do it. Maybe 어렵迟 or more? Yes. So, you can do it. I給 it too, I want you do it. That's an explosion of pain. Wow. Das war dann der Kern. So, bleibt noch der Kopf, würde ich sagen, oder? Oder ist der Kopf nicht? Äh, vielleicht sind wir schon zu Ende? Hm, dachte ich mir, dass das noch nicht zu Ende ist. Hm, der Kopf, dachte ich mir doch. Er hat auch einen Plan B. Alter, da sieht man, wie das Vieh eigentlich richtig aussieht. Alter, da sehen wir aber auch mal, wie die Kanone selber aussieht. Alter, ffff, 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 ffff. Ihhh, uncool, das könnte Aua machen. Oh ja, dann mach auch. Oh ja, der Ende jetzt beginnt. Ende, not. Auaauuuuch. Auaauuuuch. Kommt her, kommt her, kommt her. Rico, Phoenix, Heda. Du, Exposions auf dich. Komm schon. Zack. Exposions auf dich. Zack. Komm schon. Yuna, Rico, Pain. Das ist deine Zeit, du musst ihn defendern. Motion. Äh, Mega Potion. Oh, schön. Damit haben wir Wegnagern besiegt. Und ich dachte mir schon, dass jetzt Schurien kommt. Könnte sein, dass heute die Folge ein bisschen länger dauern wird. Schurien. Len. Die Leute. Ähen. Deine Frau, sagten Sie mal. Das ist nicht so, wie sie wieder lange auswirte. Sie leben. Die Leute, die nicht hervorheben waren. Und ich bin so, ich bin so, ich bin so. Das ist so, ich bin so nicht mehr. Ich weiß, dass du mit mir gehalten hast, bis zum Ende. Aber ich konnte dich nicht retten. Es geht nicht darum, bitte. Keine Entschuldigung. Rest. We can finally fade. Together. No. Wait! Du bist nicht ledig! Er hat es doch gemerkt. Es ist nicht gut, er ist nicht zu hören. Shuyen, bitte stoppe das! Bleib fokussiert! Tich werden wir nicht nachnehmen. 1000 Jahre von Agony! Schrecken von Zanekind! Oh Gott! Oh! Oh, sogar mit Blitzball! Das tut weh! Gut, dass Juna jetzt gleich dran ist. Äh, Juna jetzt fertig ist. Äh, Juna jetzt fertig ist. Oh, da dran ist. Komm, dann machen wir einfach mal... Schrecken meine Gefahr! Schrecken meine Gefahr! Schrecken meine Gefahr! Komm! Schrecken meine Gefahr! Ich bin ein wenigstens. In meinem Leben! Ich bin ein wenigstens. Blitz! Ich bin ein wenigstens. dort könnte jetzt probleme sein geben das könnte jetzt problematisch werden es war nur noch der eine tritt gott sei dank ich hatte schon befürchtung dass ich jetzt probleme bekomme don't try to tell me you understand nein nein Hi there. A thousand years and this moment is all we get? This moment's enough. I don't need anything else. Just knowing how you feel is enough. Shuyen, let's end this. Let's go home. Can we? That was all a thousand years ago. We've come too far to look back now. Rest, Shuyen. Rest with me. Let's go. I have a new song for you. Thank you. Let's go. 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 Brendan אני Great. Let's go. Let's go. auch fertig nicht wundern ich habe gerade x gedrückt um diese szene zu triggern weil wenn ihr nichts macht kommt eine normale szene das normale ende wenn man x drückt kann es sein dass ein gutes ende hat und wenn man 100 prozent hat hat kommt das perfekte ende sogar so natürlich wollen ich will ihn sehen was willst du ihm sehen er soll so bleiben wie jetzt nein wir wollen ihn sehen natürlich genau das ist das gute ende das ist aber es gibt noch ein besseres also das perfekte ende dafür müsste man aber 100 prozent schaffen und halt in dieser szene hier in x drücken weil ps4 zumindest jetzt ne ich weiß jetzt nicht ob das spiel eigentlich auch auf anderen plattformen gibt aber bestimmt zumindest die ps4 version da müsst ihr x drücken um diese szene zu triggern wenn ihr natürlich die nichts macht also nicht kein x drückt dann kommt ihr nur ein normales ende und jetzt kommen erst mal die credits gleich so viel ich weiß und danach kommt noch eine szene deswegen lasse ich die einfach mal gleich durchlaufen und bedanke mich dann schon mal es war ein sehr schönes let's play muss ich sagen auch wenn wir keine 100 prozent gekriegt hat geschafft haben ich meine mal über 85 prozent haben wir auf jeden fall jetzt kommt noch ein bisschen so gut meinst mir ein freundes mit mir herrleuen wir würden siehle ship mit mir als its captain in time i became that captain i found a new ship with new friends my ship was the youth Die anderen wählten einen anderen Kapitän. Der Boot war Neu-Yeven. Ich weiß, ich bin wie viele von euch. Wir wollen einen Kapitän. Und wir wollen eine船 zu fahren. Aber mehr als das, wirklich? Wir wollen alle zusammen fahren. Es gibt einige Dinge, die man nicht alleine machen kann. Sie sind alleine. Aber sie werden einfach mit Freunden neben dir. Das war die Lehren, die wir gelernt haben, als wir diese船ien haben. Es war die Macht. Und wir verwendeten diese Macht. Wir verletzten unsere Freunde und Freunde gegen uns. Entschuldigung. Wir vergessen, dass es eine Leitung auf das тел sehr ist. Wir vergessen, dass wir größere sind. Die wir fahren, seit wir auf den Buren sind. Das ist Spira. Niemand weiß nur, wo unsere Buren steh. Aber wir wissen eine Sache. Eine Sache. We will get by. We'll go on living. The calm will continue. Just one more thing. We all owe thanks to a very special lady. Yeah, you all know who I'm talking about. We really hope that she could be here today. It's time for me to go home. She left a message. She said she's going home. So farewell, but not goodbye. See you next time, kids! Did we really have to leave like that? Just think of the party we're missing. I think we party enough, don't you? Brother! Higher! Brother! Faster! Roger! I can't hear you! Roger! So much has happened, and I'm sure it's only the beginning. Through the smiles and tears, through the anger and the laughter that follows. I know that I'll keep changing. This is my story. It'll be a good one. It all began when I saw this fear of you. the night. But no knowledge that's high even if there's a change. I think you're studying old enough for me. I'm not a change. It's a change. More news and tears. It's a change in place. It's a change? spielt, ähm, ich muss mal, ich glaube, ich, ich glaube, wir machen mal kurz ein Stück weiter runter, oder? Obwohl, geht eigentlich mit der Lautstärke. Ähm, ja, egal wie oft man dieses Spiel, also Final Fantasy 10, beziehungsweise 10-2 spielt. Es nimmt einen immer wieder mit, ne, es, 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 es packt einen einfach. Es hat so viel geile Story an sich, so viel Gefühl drin, Emotionen, wo man sagen kann, so, selbst jemand, der sagt, er hat keine Gefühle und ist der knallharte Typ, ähm, kann bei so einem Spiel anfangen zu weinen, weil das so wunderschön ist. Diese Story zwischen Tidus und Yuna im 10. Teil, äh, wo sie sich kennenlernen, die Reise machen, äh, als Medium und Garde und C2, wo sie auf der Suche nach Tidus ist, nachdem er ja in 10 verschwunden ist. Deswegen sehr, sehr geil. Und, ja, da sieht man nochmal alle, die da mitgespielt haben, äh, mitgewerkelt haben, meine ich, äh, an diesem grandiosen Spiel. Also, das ist wirklich eins meiner Lieblings-Final-Fantasy-Teile. Ähm, und ich muss sagen, verdient. Wirklich verdient. Also, sehr schön. Ja, äh, ich lass das durchlaufen und dementsprechend verabschiede ich mich mit diesem Projekt Final Fantasy X-2 in der HD-Remastered-Version. Und, ja, das nächste Projekt habe ich ja schon ein bisschen getriggert. Das nächste Projekt anstelle von Final Fantasy X-2 wird Final Fantasy VII, das Remake, was ja, ähm, am 11., äh, am 10.04. Release hatte. Und, ähm, dementsprechend dann auch natürlich, ähm, hier auf diesem Kanal gezeigt wird. Also, bleib dran. Äh, wie gesagt, kommt noch eine kleine Szene nach den, ähm, nach den Credits, sollte eigentlich noch eine Szene kommen. Ansonsten würde ich sagen, tschüss, tschau. Euer Lovers. Gesang. Gesang. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Ich bin zurück. Willkommen nach Hause. Ja, nach Hause. What's up? Who asked you to watch, Wakka? Hiya! Huh? Hey! Whoa! You know, you've changed. Well, you've missed a few things. I wanna hear everything. Well, it all began when I saw this fear of you. From here. Yeah. It's gone. Yeah. Yeah, that's right. We don't think it's going to happen.